Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Netzkeiser. Hier ist Adrian Luckmann für euch und heute möchte ich ein bisschen reden. Ja, einfach ein bisschen erzählen, womit ich mich so die letzten zwei Wochen ungefähr beschäftigt habe. Und zwar habe ich noch einmal versucht herauszufinden, was der Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten ist. Und ich habe das Gefühl, ich bin nicht wirklich weitergekommen. Ich habe das Gefühl, ich habe manches erfahren, aber keine wirkliche Antwort auf diese Frage. Aber ja, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Vielleicht habt ihr sogar eine kurze Antwort, die ihr schnell in die Kommentare schreiben wollt. Ja, wenn es da überhaupt eine kurze Antwort gibt. Aber später werde ich da noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Oder wenn es überhaupt einen richtig großen Unterschied gibt. Ich habe ein bisschen Sorge vor diesem Video, weil ich habe ja nun nicht wirklich eine Verbindung zum Islam oder zu Muslimen. Und ich habe versucht, mich zu informieren. Ich habe das ein oder andere gelesen, habe dann zwischendrin ab und zu das Gefühl, dass alles scheinbar sehr eingefärbt ist von den einzelnen Leuten und Gruppen, die bestimmte Narrative stricken wollen. Und auf der anderen Seite habe ich aber einfach nicht den Background, das überhaupt einzuschätzen. Aber ich habe so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, dass doch dadurch, wie die Darstellungen scheinbar einseitig waren, dass es einseitige Darstellungen gewesen sind. Und wenn man so beides zusammennimmt, hoffe ich, dass in der Mitte irgendwo die Wahrheit liegt. Ich hoffe, dass mir nicht zu viele Fauxpas passieren, dass ich irgendwie Sachen erzähle, die so ganz und gar nicht stimmen. Das ist mir grundsätzlich immer sehr unangenehm. Aber bei diesem Thema kann ich mir vorstellen, dass Leute das verletzt. Und das möchte ich gleich vorweg schicken. Das ist auf gar keinen Fall meine Absicht, sondern ich möchte grundsätzlich erzählen, was ich glaube herausgefunden. Glaube ist ein ganz schlechtes Wort in diesem Zusammenhang. Was ich vermute gelernt zu haben bei meiner Recherche und bei meinem Nachgucken und Nachlesen verschiedener Sachen, was ich glaube herausgefunden zu haben, möchte ich so ein bisschen erzählen, aber nicht so sehr in dem Sinne, dass ich sagen möchte, so ist das und ich weiß das jetzt ganz sicher, sondern schon fast eher so, ich möchte mal erzählen, was ich vermute gelernt zu haben. Und vielleicht stoße ich ja an Punkte oder Zuhörer bemerken, Sachen, die ich falsch verstanden habe. Und dadurch kann ich es möglichst frühzeitig ausräumen und Dinge besser verstehen. Weil es ist superschwierig, sich schon allein mit dieser Frage zu beschäftigen, was ist der Unterschied zwischen Schiiten und Sonniten. Ich vermute jetzt einen Teil der Antwort verstanden zu haben. Ich vermute, dass vielleicht sogar der Unterschied eher gering ist. Das ist auch etwas, was ich immer mal wieder überall gelesen habe. Und ich hoffe, wie gesagt, dass mir irgendwie keine Irrtümer aufgekommen sind, dass ich irgendwas falsch weitergedacht habe, was ich gelesen habe. Oder dass ich irgendwas gelesen habe, was sozusagen Propaganda einer bestimmten Seite ist und dass ich das falsch interpretiert habe oder für zu glaubwürdig genommen habe. Also, dass mir daraus ein Missverständnis entstanden ist, dann möchte ich jetzt eigentlich, aber mir sind auch zum Teil tatsächlich ein paar Fragen gekommen. Also, wir können ungefähr sagen, scheinbar ist es so, Sonniten, die Zahlen sind auch ein bisschen verschieden. Sonniten sind etwa 85 Prozent der Muslime. Schiiten sind etwa 12 Prozent der Muslime. Und dann gibt es noch so ein paar Leute dazwischen, die zwischen den Stühlen sitzen oder die irgendwie ein bisschen was anders glauben. Eine ganz andere Richtung, die sich vielleicht in diesen Streit nicht einmischen wollen. Wobei ich mich zum Teil auch gefragt habe und das auch, glaube ich, ab und zu gelesen habe. Also, ist dieser Streit überhaupt noch so aktuell, ist es überhaupt noch sinnvoll, heute diesen Streit fortzuführen? Oder ist das nicht eigentlich etwas, was weit, weit weg ist, zeitlich zumindest, sodass man sagen kann, jetzt ist es aber auch mal gut. Ich will ja keinen da irgendwie das als Vorschlag machen, wenn ich es sowieso nur zur Hälfte wahrscheinlich verstehe. Ja, aber vielleicht fangen wir an mit diesen beiden Begriffen, Sunniten und Schiiten. Und da kommt dann so ein bisschen auch zum Ausdruck der erste Gedanke, der mir gekommen ist, wo ich dann aber auch wieder nicht sicher bin, ob das, wir kommen da gleich noch zu. Also, Sunniten, dieser Begriff kommt von Sunna. Sunna ist ein arabisches Wort für Tradition, Gebräuche. Also, man kann dieses Wort nicht genau übersetzen, aber so ungefähr bedeutet es Tradition, Gebräuche, die Art und Weise, wie Dinge nun mal gemacht werden. Und wie das halt so Gewohnheit bei uns ist oder unter uns, wie sich das halt so herausgebildet hat. Und da gibt es so scheinbar verschiedene Quellen, die gesammelt sind, mündliche Überlieferungen, teilweise schriftliche Überlieferungen, dies und das, die so zusammengefasst als die Sunna gesehen werden und zwar quasi eine Sammlung von Geschichten, die zeigen oder festgehalten haben, wie hat der Prophet Mohammed Dinge gemacht, was war seine Gewohnheit, wie haben er das und da seine Gemeinschaft gemacht, wie wurden einfach so Dinge gemacht. Also, ich sage jetzt mal ein Beispiel, völlig aus der Luft gegriffen, zum Beispiel, wir haben von mir aus in meiner Familie immer um 15 Uhr ein Stück Kuchen gegessen und eine Tasse Tee oder Kaffee getrunken. Und ich habe so einen kleinen Bericht, wo jemand darüber erzählt, wie so ein Treffen damals war und dann wird das als Quelle benutzt. Und dann ist ein bisschen die Idee, warum man das überhaupt gesammelt und so hat, dass man sich daran ein Vorbild nehmen könnte, dass man es vielleicht genauso machen wollen sollte, dass man quasi in dieser Tradition bleibt, dass man versucht, Dinge so zu machen, wie sie damals gemacht wurden. Ist eine Idee und scheinbar auch etwas, was unter Sunniten verbreitet ist. Aber grundsätzlich bedeutet dieser Begriff eher, dass man so sagt, wir sind die Leute, die irgendwie miteinander zusammen das gemacht, der das ausdrücken soll. Wir sind die Leute, die zusammen irgendwie in einer Gemeinschaft gelebt haben und die unsere Riten und Gebräuche haben und die sie auch gelebt haben und die sie tatsächlich kennen. Da komme ich schon zu tief in den anderen Streit hinein, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und darum sind wir irgendwie mit diesen Gebräuchen und mit dieser Tradition in Kontakt gewesen und darum sind wir die Richtigen. Oder eine Art und Weise, wie sie sich erklären ist, wir sind die, die diese Tradition, die Gebräuche, unsere Mythen und Gewohnheiten fortgesetzt haben, durchgehen und die sich darum bemüht haben, dass es irgendwie erhalten bleibt, so wie es ist und darum sind wir die richtigen, echt Muslime. Es ist auch zum Teil immer scheinbar so, dass es nicht so sehr darum geht, das möchte ich eigentlich danach noch erzählen. Kommen wir jetzt erstmal zu dem Begriff Schiiten. Das ist im Prinzip ein bisschen einfacher. Schiiten kommt von Schia. Schia ist einfach der arabische Begriff für Partei oder Anhängerschaft und gemeint, und er ist ein verkürzter Begriff in diesem Fall. Sie, die Leute, die Schiiten sind oder die damals Schiiten waren, gesagt, ich habe auch so ein bisschen das Problem zu sagen, ist nicht dieser ganze Konflikt so alt, dass das, was früher war, war, damals war und dass sich das so herausgewachsen hat oder haben müsste. Also, dass es eigentlich ja nur noch sozusagen die Nachfahren waren, so nach dem Motto, die Eltern meiner Eltern, meine Eltern, meine Eltern, meine Eltern waren irgendwann einmal Parteimitglieder in dieser Schia oder gehörten zur Anhängerschaft der Partei Alis, zur Anhängerschaft Alis, also es bezieht sich auf Ali, und diese Leute sagen, eigentlich hätte Ali es verdient gehabt, der erste Kalif zu werden. Kalif, muss ich vielleicht auch noch erklären, Kalif ist jemand, der jemanden nachfolgt, der jemand ein Stellvertreter ist. Oh Gott, jetzt kommen ja noch dahin, die Katholiken zu beleidigen in diesem Video. Nein, also vielleicht in etwa so, wie der Papst ja bei den Katholiken Stellvertreter von Gott sein soll, wobei es beim Kalif, Kalifat, beim Kalifen darum geht, dass er Stellvertreter von Mohammed sein soll, oder Nachfolger von Mohammed sozusagen, wenn der Papst Gott wäre, dann wäre der Kalif Mohammed. Ich weiß nicht, ob das stimmt so, aber es ist natürlich auch nicht so. Es ist ja irgendwie nur so eine Stellvertreter-Funktion. Es ist ja mehr ein Gedankenkonstrukt. Auf jeden Fall, die Schiiten sind diejenigen, die sich zur Anhängerschaft Alis bekennen und die sagen, Ali hätte es verdient gehabt, der erste Kalif zu werden. Ali ist allerdings der vierte Kalif erst geworden. Ja, es gab noch drei andere vorher und die Leute, die diese drei anderen vorher für legitim halten, das sind auch die, die nennen sich auch Sunniten. Das ist ein Teil von das, was wichtig ist, um als Sunnit gelten zu dürfen, ist, dass man zumindest die ersten drei Kalifen als legitim anerkennt. Das ist ganz wichtig, dass man sagt, ja, die ersten drei waren berechtigterweise auch Kalifen. Aber da kommen wir quasi auch gleich noch dazu. Und weil es quasi nur um so ein Machtgerangel geht bei dieser ganzen Frage zwischen Schiiten und Sunniten und ich teilweise das Gefühl habe, weil ich religiöse Unterschiede noch nicht so gut ausmachen konnte. Gut, ich habe so ein Video gesehen, wo es so ein bisschen um Vorurteile ging. Sunniten beten wohl eher auf einem Teppich und Schiiten legen beim Beten eher die Stirn auf einen Stein. Ich hoffe, dass das stimmt. Und das sind dann aber ja so geringe Unterschiede. Ich hatte irgendwie geglaubt oder gehofft oder ich weiß es nicht. Ich bin davon ausgegangen, es hat irgendwie einen Niederschlag in den Glaubensinhalten, ob man sagt, man ist Sunnit oder man ist Schiit. Aber scheinbar ist es sehr verbunden, natürlich damit, wer sind die Eltern, dieses, darum geht es ja immer ein bisschen, wo ist man hineingeboren, aber auch quasi dieses, ob man das eine anerkennt oder das andere anerkennt. Und ob man sagt, Ali hätte der Erste sein sollen oder ob man sagt, nee, die ersten drei waren es berechtigterweise. Aber für den Glauben, so hört man es manchmal und so scheint es zu sein, ich weiß es nicht, hat es letztendlich ganz wenig Bedeutung, sondern es ist dieser uralte Streit, wo man sich fragen kann, wie gesagt, wirklich, welche Bedeutung hat das heute noch oder ist das heute mehr, wo man halt zufällig hineingeboren ist und von wem man abstammt. Dieser Streit, waren die ersten drei Kalifen legitim oder hätte Ali unter allen Umständen der Erste Kalif werden müssen und war das unfair und falsch und nicht in Ordnung? Ja, kommen wir auf diese Kalifenfrage zurück. Ich glaube, damit möchte ich mich als nächstes beschäftigen. Wie gesagt, was die beiden Begriffe bedeuten, habe ich gerade versucht zu erklären, ja. Shia kommt von Parteianhängerschaft, sind die Leute, die sagen, Ali hätte der Erste sein sollen, die sich zur Anhängerschaft Alis gezählt haben damals. Und die Sunniten sagen, wir sind vertraut mit den Gebräuchen Mohammeds, wir sind mit den Sitten Mohammeds vertraut, wir sind mit der Sunna vertraut, wir haben die Sunna mit Mohammed gelebt, darum sind wir es. Und Ali hatte damit wenig Kontakt, darum konnte Ali auf gar keinen Fall der Erste Kalif werden. Und wir erkennen an, dass die ersten drei Kalifen legitim das waren. Ja, so, wie ist das jetzt passiert? Also Mohammed ist gestorben und dann Ali hat ihn beerdigt und Mohammeds letzte Ehefrau war Aishe, bestimmt das? Oh Gott, ich will nichts Falsches erzählen und das kann man schnell nachgucken. Aishe, ich habe es doch irgendwo auch schon auf. Aishe ist die dritte und die jüngste der zehn Frauen. Ich habe 16 Frauen auch gelesen. Die jüngste der zehn Frauen von Mohammed. Aber auf jeden Fall, ja, sie ist das. Also Aishe ist die letzte und Lieblingsehefrau, aber er hatte ja auch mehrere gleichzeitig. Es ist die letzte und Lieblingsehefrau von Mohammed gewesen. Und was die Sunniten wichtig finden, ist, sie war, als Mohammed sie geheiratet hat, Jungfrau, alle anderen nicht. Wobei es auch nicht so schwer ist, Jungfrau zu sein, weil er hat sie, wie war das, mit fünf oder sechs geheiratet? Fünf oder sechs oder war es sechs oder sieben? Das weiß man aber nicht genau. Man weiß nicht genau, in welchem Jahr sie geboren ist und darum weiß man das halt nicht. Ah nee, zwischen sechs, also entweder sechs Jahre oder sieben Jahre, wie gesagt, je nachdem, wann sie tatsächlich geboren ist. Es wurde früher nicht so genau festgehalten. War sie sechs oder sieben, als die Eheschließung beschlossen wurde. Und als er dann das erste Mal mit ihr geschlafen hat, war sie neun oder zehn. Und darum ist man sich relativ sicher, dass sie als Jungfrau in die Ehe gegangen ist. Und bei den anderen weiß ich nicht, ob man da das Gegenteil weiß, aber man geht scheinbar davon aus, dass auf keine dieses Attribut zutrifft. Und jetzt muss man im Prinzip noch etwas mehr wissen über diese Ehefrau. Einerseits sagen die Sunniten, dadurch, dass sie Jungfrau war bei der Eheschließung, ist sie eigentlich als die einzige oder als die wertvollste oder als die echteste, einzigste Ehefrau zu bewerten. Und das ist ein Punkt, wo sie sich mit den Schiiten darüber streiten, weil die Schiiten behaupten dasselbe über ihre, über Mohammeds erste Ehefrau. Und dort ist das Hauptargument bei den Schiiten, weil diese Ehe monogam war. Allerdings war die Frau älter, wohl relativ älter. Ich glaube 20 Jahre, keine Ahnung, ich will gar nichts Falsches sagen. Ist ein bisschen schwer, schnell rauszufinden oder nicht. Finden wir das auch noch schnell raus. Es war halt eine erfolgreiche Geschäftsfrau, zu der Mohammed sich hingezogen gefühlt hat. Wie heißt seine Tochter davon? Nee, bei Ali müsste das drinstehen. Komme ich jetzt nicht sofort dahin. Egal. Tut mir leid, ich finde es jetzt nicht, wie groß der Altersunterschied war. Ist auch nicht so wichtig. Allerdings hatte Mohammed auch nur mit seiner ersten Ehefrau Kinder. Jetzt weiß ich nicht mehr. Er hatte zwei Kinder mindestens, die relativ früh gestorben waren. Könnte sein, dass das Söhne waren. Aber ansonsten von allen anderen hatte er nur Frauen. Also er hatte er nur Töchter. Und die eine Tochter ist verheiratet mit Ali. Und darum sagen die Schiiten, die Anhänger Alis, dass er sozusagen der nächste männliche Verwandte von Mohammed ist. Er hatte ihn auch als Adoptivsohn adoptiert und irgendwie mit sechs oder zehn und dann zu Hause streng nach seiner Lehre erzogen. Und er wollte ihn damit vorbereiten auf die Ehe für mit seiner, ich glaube, die hieß Fatima. Gott, ich hätte so viele Sachen offen haben müssen hier, um es schnell nachzugucken. Ich meine, die müsste Fatima heißen. Die Tochter und die Ehefrau von Ali. Okay, belassen wir es einfach dabei, dass ich davon ausgehe. Wenn es falsch ist, dann korrigiert das bitte am besten mit Zeitstempel in den Kommentaren. Ich kann das jetzt auf die Schnelle nicht herausfinden. Und auf jeden Fall war es so, Mohammed hat gesagt, Gott hat ihnen irgendwie ein Zeichen oder einen Traum oder eine Eingebung geschickt, dass seine Tochter Fatima mit einem Mann verheiratet werden soll, den Gott schicken wird und den Gott auserwählt hat, um die Ehe mit ihr zu haben. Und als er dann irgendwie zufällig auf Ali gestoßen ist und Ali adoptieren konnte, hat er das als ein Zeichen gesehen, dass Ali derjenige, welcher sein könnte, den Gott geschickt hat, um seine Tochter zu heiraten. Daraufhin hat er ihn adoptiert und hat versucht, Ali so zu erziehen, dass er Fatima ein guter Ehemann ist und dass er ein guter Muslim ist und so weiter. Aber trotzdem war Ali scheinbar sehr selten oder gar nicht bei diesen Treffen, die Mohammed mit seinen Anhängern und Freunden hatte, wo sie über Gott und Politik gesprochen haben. Diese Zusammenkünfte in diesem Verein der, ich nenne es jetzt einfach mal Jünger in Anlehnung an Jesus. Er war nicht bei diesen Treffen dabei, wo die Jünger mit Mohammed zusammensaßen und Tee, Kaffee etc. getrunken haben und sich unterhalten haben über Gott und die Welt. Da war er nie dabei und die Argumentation der Sunniten ist, dadurch kennt er die Gewohnheiten, kennt er die, weiß er nicht, wie es da abgelaufen ist. Er kennt die Sunna nicht, also die Gewohnheiten, die Traditionen, die Gebräuche dieser Gruppe kennt er nicht, weil er ja nur bei Mohammed zu Hause am Schreibtisch war und ihm dort der Koran gelehrt und über den Islam gelehrt wurde. Aber er hatte ja nie Kontakt zu dieser Gruppe und er ist dadurch irgendwo abgeschnitten und ein Außenseiter von dieser Gruppe. Und auch wenn er quasi eine Zeit lang intensiven Kontakt als Adoptivsohn von Mohammed war, hatte, von Mohammed als Adoptivsohn von Mohammed hatte, hatte er ja sicherlich einen mehr oder weniger engen Kontakt mit Mohammed, wenn Mohammed sich vorgenommen hat, ihn gut zu erziehen, damit Fatima einen guten Ehemann hat. Auf jeden Fall, als es dann soweit war, dass Fatima ihn heiraten sollte, da war es Mohammed scheinbar auch wichtig, dass Fatima zustimmt. Er hat es davon abhängig gemacht, ob sie zustimmt. Wir finden ganz schnell raus, ob es Fatima ist. Ich habe gerade eine Idee. Ich muss doch eigentlich nur Schiiten suchen, dann komme ich doch sofort auf Ali. Und dann kann ich gucken, wer Alis Mutter war. So, wo haben wir es denn? Die Chia, die Propheten. Ali ibn Talib. Was habe ich eben gesagt? Fatima, suche ich mal, ob ich den Wort finde, ja. Finde ich, genau, Fatima ist der richtige Name. Da gucken wir auch gleich das andere noch nach. Fatima, wer war denn die Mutter und wann ist die Mutter geboren? Ihre Mutter war die erste Ehefrau. Shadisha bint Shuvali. Wai-Wai. Gott, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Shuvali. Tut mir leid. Geboren. 555. Wo haben wir Mohammed? Hier. Geboren. 570. Sind 15 Jahre. Also 20 Jahre stimmt nicht ganz, sind 15 Jahre Unterschied gewesen. Seine erste Frau, mit der er, wie gesagt, eine monogame Ehe geführt hat, was die Schiiten wichtig finden. Und sie finden halt auch, weil überhaupt, soweit ich gesehen habe, hatte er mit allen anderen Frauen keine Nachkommen. Wird ja auch irgendwann schwierig, wenn man immer älter wird, irgendwann wird er trotzdem schwierig, noch Nachkommen zu bekommen. Weiß nicht, ob das biologisch stimmt, muss man Biologe drunter schreiben. Ich kann mir vorstellen, dass aber bei Männern nicht ganz so endgültig ist wie bei Frauen, aber doch dennoch ähnlich. Was zumindest schwieriger wird. So, jetzt, wo waren wir im Thema? Also gut. Wie gesagt, wir haben den Vater von Aisha, Abu Bakr, der erste Ehemann von, ich hoffe, wie gesagt, ich habe es richtig ausgesprochen. Tut mir ernsthaft leid, wenn ich es falsch gemacht habe. War überhaupt keine Absicht. Dieser Abu Bakr ist der Vater von Aisha, der letzten Ehefrau von Mohammed. Sie war 19 oder 20, als Mohammed gestorben ist. Und Abu Bakr hat sozusagen auch als eine Art Geschenk, als Beweis seiner Loyalität gegenüber Mohammed, um die politischen, gesellschaftlichen Beziehungen zwischen ihm und Mohammed zu stärken, hat er ihm seine Tochter sozusagen geschenkt. Weil ich meine, wenn man mit sechs oder siebener Hochzeit macht, ich glaube, da ist auch für jeden relativ eindeutig, das ist nicht die Entscheidung der Frau. Habe ich mir jetzt mit dem Alter vertan, oh Gott. Wann ist er denn nochmal gleich gestorben? Hat er sie mit 50, zwischen 50 und 55 geheiratet oder ist er da gestorben zu dieser Zeit? Diese ganzen Details, die eigentlich nicht wirklich wichtig sind. Nee, gestorben mit 62. Okay, dann war er, oder je nachdem, wie man das dann wieder sieht. Weil man weiß nicht, ist er 70 geboren, ist er 73 geboren bei Mohammed? So 570, 573. Darum weiß man natürlich wieder nicht genau, wie alt war er denn zur Eheschließung? War er 50, er 55? Irgendwas dazwischen wird richtig sein. Ja. Gut, wo war ich stehen geblieben? Wie gesagt, jetzt ist erster Kalif Abu Bakr geworden. Wir werden gleich drüber reden, wie er es geworden ist. Das ist nicht Ali geworden. Abu Bakr hat bei einer Wahl, vielleicht Wahl in Anführungszeichen, bei einer Wahl gewonnen, von den Anhängern Mohammeds, von der muslimischen Gemeinschaft hat abgestimmt. Sie hat gesagt, Abu Bakr soll es werden. Erst gab es Streit, dann hat, den Namen wüsste ich zumindest schnell gern, ist das der Umar? Genau, Umar hat, nein, andersrum war es. Abu Bakr hat Umar und noch jemand anderen, ich glaube dem Zweiten, vorgeschlagen, dass die beiden es machen sollten, dass sie Kalif werden sollten. Oder wollte der Gemeinschaft vorschlagen, darüber abzustimmen, ob es nicht Umar oder der andere wird. Und dann hat Umar sofort gesagt, versprich mir, dass ich dein Nachfolger werde und ich möchte, dass du es machst. Ich traue es mir jetzt noch nicht zu. Versprich mir deine Treue, dass du mich zu deinem Nachfolger machen wirst. Dann werde ich unterstützen, dass du Kalif führst. Und dann hat der andere gleich gesagt, ich kann mich Umar nur anschließen. Und dann wurde halt quasi dafür gesorgt, dass diese beiden Konkurrenten quasi von Abu Bakr sind zurückgetreten. Sie haben es quasi auch als Ehre empfunden und haben Abu Bakr versucht, es so vorzuschlagen. Haben ihnen das so erzählt, also schon allein, dass du ja den Vorschlag machst und dass du dich berechtigt fühlst, vorzuschlagen, dass ich der Kalif sein soll, dass die Gemeinschaft mich wählen soll, zeigt ja deinen hohen Rang und deine hohe Autorität. Ich bin dafür, mach mich zu deinem Nachfolger, sagte Umar, versprich mir deine Treue und ich werde alles Erdenkliche tun, um dich zu unterstützen, dass du gewählt wirst als Kalif. Und der andere hat sich, wie gesagt, Umar war ein guter Kaufmann und Händler und ein guter Redner und hat dann sozusagen versucht, Wahlkampf zu machen für Abu Bakr. Und er hat dann Folgendes gemacht, also die, er hat gesehen, es ist schon mal gut, dass quasi seine beiden Konkurrenten, dass die beiden Konkurrenten von Abu Bakr zurückgetreten sind, nachdem Abu Bakr die wahrscheinlich kluge Idee hatte, ich sehe das so, es war eine kluge Idee, einfach auf seine beiden Konkurrenten, größten Konkurrenten zuzugehen und zu sagen, Ich möchte euch vorschlagen, dass ihr die Kalifen sein sollt. Das ist, denke ich, tatsächlich ein sehr kluger Schritt gewesen und sie haben sich dann so ein wenig dazu verführt gefühlt, haben sich verpflichtet gefühlt, zu sagen, Nein, diese Ehre von dir vorgeschlagen zu werden, können wir nicht annehmen, aber dass du diesen klugen, weisen Vorschlag machst, zeigt, dass du hier etwas zu sagen hast und dass du es sein solltest. Es kann, könnte auch eventuell eine geschönte Überlieferung sein, das kommt vielleicht auch noch in Frage, aber das zeigt ja schon ein wenig, ja, dass ich finde es einen geschickten Schachzug, das so vorzuschlagen. Und dann ist Uma sofort gekommen und hat gesagt, ach Quatsch, ich doch nicht, du solltest es werden und wir werden dich unterstützen. Und dann hat er halt seine Anhänger und die Anhänger von dem anderen Typen und die hat er alle zusammen getrommelt. Die Abstimmung wird stattfinden, kommt alle zusammen, kommt zur Abstimmung. Hat er noch Leute, die so ein bisschen im Zweifeln waren, die sich aber grundsätzlich vorstellen konnten, Abu Bakr zu wählen haben. Hat er zusammen getrommelt, ihr müsst alle kommen und Abu Bakr wählen. Und den Leuten von Ali hat er erzählt, auch eine ganz geschickte Idee. Ich möchte euch sagen, wir machen jetzt diese Wahl, wir können nicht anerkennen, dass einfach Ali aufgrund von Blut oder ja sozusagen, es ist ja eigentlich keine Blutsverwandtschaft. Dass er durch Verwandtschaft zu, wobei er ja nur Adoptivsohn und Schwieger, nee, Schwiegervater ist auch nicht richtig, Schwiegersohn, Schwiegersohn und Adoptivsohn ist er ja nur, der Ali. Aber das ist kein gutes Argument, um ihn aus unserer Sicht zum nächsten Kalifen zu machen. Wir schlagen euch aber vor, nehmt an unserer Wahl teil, aber er hat gesagt, ich muss euch auch gleich sagen, wenn ihr natürlich an der Wahl teilnehmt und für Ali abstimmt, dann bringt ihr damit gleichzeitig auch zum Ausdruck, dass ihr unsere Wahl anerkennt. Und also wenn ihr teilnehmt, dann könnt ihr euch später aber auch nicht mehr beschweren, dass es jemand anderes als Ali geworden ist. Und das hatte zum Effekt, dass die Shia Ali, die Anhängerschaft Alis, einfach die Wahl boykottiert hat und quasi kaum jemand oder keiner hingegangen ist, um für Ali abzustimmen. So hatte man den quasi auch nochmal raus und durch geschicktes Agieren im Hintergrund hatte man dann ein sehr eindeutiges Ergebnis für Abu Bakr. Und dann hat man gesagt, ja, wir sind uns alle sehr einig. Und dann ist aber passiert, was man sich schon fast hätte ahnen können. Er hat sich ja quasi loyalisiert mit seinen zwei wirklich schärfsten Konkurrenten, die eigentlich auch gerne Kalif geworden wären. Und er hat es gemacht unter der Prämisse, dass sie sozusagen nach ihm dran sind. Es war natürlich jetzt ein sehr starkes Motiv, dafür zu sorgen, dass er vielleicht nicht mehr ganz so alt wird. So möchte ich es mal sagen. Wobei bei Abu Bakr war das, glaube ich, noch, ich habe jetzt nicht gesehen, war er schon so alt, dass er einen natürlichen Tod oder ich habe Verschiedenes gehört. Auf Wikipedia scheint es jetzt so zu sein, dass er einen natürlichen Todes gestorben ist. Aber auf jeden Fall die ersten drei Kalifen haben alle noch ungefähr zwei Jahre gelebt, nachdem sie Kalif geworden sind. Und einfach, weil es einen unglaublich großen Druck und Wunsch der anderen Kandidaten gab, auch noch an die Reihe zu kommen. Und es ist sogar so, und das sagen die Sunniten wahrscheinlich ziemlich zu Recht, es ist sogar so, dass Abu Bakr noch zu Lebzeiten auf Ali zugegangen ist, ungefähr ein halbes Jahr nach der Wahl und hat gesagt, also du verweigerst dich jetzt so hartnäckig, mich anzuerkennen. Und es gibt leider auch schon zwei, die stehen in der Rangfolge, die Nächsten zu sein. Aber du musst auch einsehen, dass es keinen Sinn macht, zickig zu sein. Was hältst du denn davon, wenn du mich anerkennst und im Gegenzug sage ich, deine Familie oder Mitglieder deiner Familie sind dran, den vierten Kalifen und draufzustellen erst mal. Sind dann erst mal an der Reihe ihre Bedürfnisse auf den Kalifentitel zu, ihre Bedürfnisse darauf zu stillen. Was hältst du denn davon? Und auf diese Weise wurde Ali dann überredet. Andere sagen, er wurde auch bedroht mit schlimmen körperlichen Bedrohungen und ähnlichem und seelischen und es wurde viel Druck ausgeübt, auch anders. Es war nicht nur die Erpressung gibt so ein bisschen und so ein bisschen zuzutrauen ist es ihm ja überlegt oder seinen Anhängern zumindest, dass sich Leute gefunden haben, die Druck ausgeübt haben. Also ich kann es mir schon vorstellen. Es ist irgendwie so wichtig für den Zusammenhalt unserer muslimischen Gemeinschaft, dass du zustimmst. Guck mal, ich würde auch nicht davor zurückschrecken, dir jemanden zu schicken, der dir mal zeigt, was ich davon halte. Dass du ihm immer noch nicht zustimmst und dass du diese Zwietracht siehst zwischen uns. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas stattgefunden hat und dass sowas auch ein Grund war für Ali, zuzustimmen. Aber genau wissen tun wir es ja heute nicht mehr. Auf jeden Fall hat Ali dann nach ungefähr einem halben Jahr auch zugestimmt und hat gesagt, Ja, ich erkenne das an. Ich erkenne die Wahl an. War halt eine blöde Sache, dass die Leute, die mich unterstützen, damals nicht zur Wahl gegangen sind. Sonst wäre ich es vielleicht geworden. Aber es ist nun mal so gewählt und entschieden worden. Und ich muss dieses Feedback, wir müssen das annehmen. Das ist ja eine Botschaft, die uns quasi die Gemeinschaft der Gläubigen geschickt hat. Wir müssen diese Botschaft annehmen und es stimmt schon, wir können uns nicht dagegen sperren. Auch wenn ich es vielleicht nicht ganz richtig finde und mich ein bisschen ausgetrickst fühle. Aber doch, ich erkenne an, dass es alles seine Richtigkeit hatte und dass er legitim ist. Ich möchte diesen Streit beenden. Es ist vorstellbar. Was die genauen Gründe sind, können wir nicht mehr rausfinden. Aber wie gesagt, es ist bekannt, dass Ali gesagt hat, er erkennt es an. Und dann, nee, wo wollte ich jetzt weiterreden? Es ist halt so diese Sache. Und am Anfang, da wusste ich eine Zeit lang nur dieses, mit der scheinbar waren da meine Quellen ein bisschen einseitig vom Gefühl her. Da hatte ich halt so gelesen über diese Argumentation, ja, die sunnitischen Anhänger, diese ersten drei Kalifen sind halt Leute gewesen. Oder auch Abu Bakr war jemand, der war eng in dieser Gemeinschaft drin. Und der war mit den Gebräuchen und Gewohnheiten dieser Gemeinschaft vertraut. Und das war der Ali ja überhaupt nicht. Und das ist ja auch etwas, was bleibt. Aber da wusste ich zum Beispiel noch nicht, da hatte es sich so angehört, als wäre Ali einfach jemand gewesen, der da mal irgendwann Fatima geheiratet hat. Und danach ist nie wieder, es gab kaum Kontakt überhaupt zwischen Mohammed und Ali. Das ist ja auch nicht so. Er ist ja tatsächlich so der Ziehsohn von Mohammed. Und Mohammed hat sich Mühe gegeben, aus ihm einen guten Menschen und guten Ehemann zu machen. Und einen Menschen, der Gott, ein gottesfürchtiges Leben führt. Diese Bemühungen gab es ja. Mohammed hat sich ja eine Zeit lang als sein Erzieher aufgespielt, ist das falsche Wort, war ja eine Zeit lang sein Erzieher. Und ist damit scheinbar auf fruchtbarem Boden getroffen. Und es ist scheinbar auf fruchtbarem Boden gefallen. Und ja, wo wollte ich jetzt weitermachen? Das muss man ja auch sehen. Also ich finde so diese ganz, aber ich kann sehr gut verstehen, muss ich sagen, sozusagen, wir haben quasi einen Verein. Und wenn jetzt der Vereinsvorstand nicht mehr ist, dann ist es irgendwie unlogisch, irgendjemanden aus der Familie des Vereinsvorstands zum nächsten Vereinsvorstand zu machen. Das würden wir nirgendwo so machen. Also diese Argumentation finde ich sehr plausibel. Das muss jemand sein aus dem Verein, der im Verein gewesen ist, am besten schon lange dabei, der weiß, wie es im Verein läuft, mit den Gewohnheiten und Gebräuchen des Vereins vertraut ist. Das macht viel Sinn, finde ich, dass der der Nächste ist, der da der Kopf des Vereins ist und nicht irgendjemand, keine Ahnung, der Sohn oder Cousin von dem ehemaligen Vorstand. Das ergibt nicht so viel Sinn, wenn der nie im Verein war oder nur ein, zweimal zu Besuch. Nicht, dass ich sagen möchte, er würde es schlecht machen, aber er würde doch relativ, sehr verständlich ist es, wäre es für mich, wenn er als Fremdkörper wahrgenommen wird. Der einfach da eingesetzt wird und wer soll sich da von dem gut vertreten fühlen, das ist einfach, es macht wenig Sinn. Also ich kann, ich glaube tatsächlich in diesem Sinn, muss man sagen, ist die Reihenfolge der Kalifen schon gut gewählt gewesen. Es war natürlich sehr unglücklich, dass man gesagt hat, also schon so vorher durchblicken lassen hat, wer der Nächste wahrscheinlich sein wird und dass es dann zu so einer Verkettung ungünstiger Todesfälle gekommen ist, ist schon schade. Naja, so, wo wollte ich weitermachen? Ich bin gerade am überlegen, gibt es noch einen Punkt, den ich richtig wichtig finde? Oder gibt es nur noch diesen einen Punkt, der mich interessiert, der aber mit dem anderen Rest des Videos nicht ganz so viel zu tun hat? Ich glaube, weil wir jetzt auch schon fortgeschrittene Zeit haben, ich führe noch diesen einen Punkt aus, diese eine Frage, die vielleicht ein bisschen ketzerisch ist, die sich mir aber so aufgedrängt hat, Und wenn jetzt die Sunniten etwa 85 Prozent der Muslime stellen und die Sunniten sagen, wir stellen die Sunna in den Mittelpunkt, die Sunna ist das Wichtigste, also die Traditionen und Gebräuche, könnte sagen, das sind die Traditionalisten oder die Konservativen, ist es möglich? Oder wie ist es möglich? Oder ist das nicht ein Widerspruch in sich, wenn man sagt, die Leute, die der Sunna einen solchen Stellenwert geben und die sich deshalb besonders berechtigt fühlen, sich Muslime zu nennen, Weil sie teilweise auch versuchen, genauso zu leben wie die Leute damals, wie ist ein moderner Islam möglich mit Leuten, die der Sunna diese Position einräumen wollen? Geht das? Oder ist irgendwo bei mir ein Missverständnis? Die Sunna scheint ja das Wichtigste zu sein, genau. Aber auf der anderen Seite ist mir scheinbar auch aufgefallen, es ist auch irgendwo einfach Teil der Begründung. Es ist Teil der Begründung, man hat einfach die Sunna genommen als Begründung, warum Ali nicht taugt. Und fast, fast wie eine Ausrede als Beschönigung. Wir sind in Kontakt mit der Sunna und darum, gut, solange wie Mohammed jetzt schon tot ist, könnte man ja auch fragen, ja okay, wenn man natürlich die Leute immer diese Tradition fortgeführt haben und diese Gebräuche und der Dings, kann man schon sagen, ich weiß nicht, ist möglicherweise auch dieser Traditionsbegriff, Sunna ist ja nun ein arabisches Wort und man kann es ja nicht eins zu eins übertragen. Aber es scheint schon so zu bedeuten, die Lebensart, die Lebensgewohnheiten von Mohammed und seiner engsten Clique, seines politisch-religiösen Vereins da, seiner, in Anführungszeichen, Jünger, um ein Bild wie mit Jesus zu bemühen, parallel zu Jesus, analog zu Jesus, kann das modern sein? Ich meine, ist nicht die Voraussetzung für einen modernen Islam, dass man sagt, ich erkenne an, dass Mohammed ein Kind seiner Zeit gewesen ist, ein Produkt seiner Zeit und dass das natürlich sehr merkwürdig anmutet, wenn dein bester Freund dir, um mit dir bessere Geschäfts- und ähnliche Beziehungen zu haben, deine Tochter schenkt mit sechs Jahren und du dann mit neun oder zehn Jahren, wenn sie neun oder zehn Jahre ist, die Hochzeitsnacht mit ihr verbringst. Also das ist doch so weit weg von modern, wo man dann schon, aber irgendwo, man kann eventuell sagen, das können wir Mohammed trotzdem nicht so richtig anlasten, weil das damals vielleicht normal war. Aber wie kann man jetzt die Lebensgewohnheiten Mohammeds, also was ja quasi die Sonne ist, wenn ich es richtig verstehe, kann man sagen, das soll der Mittelpunkt unseres Glaubens sein. Dem nachzustreben, nachzueifern, ist ein bisschen das Lebensziel eines jeden Muslims. Wie kann man das vereinbaren mit der Idee, wir wollen auch ein moderner Islam sein, wir wollen auch moderne Muslime sein. Ist das überhaupt möglich oder muss man nicht sagen, im Prinzip ist die Suna auch als Produkt ihrer Zeit zu sehen und muss modernisiert angepasst oder einfach gänzlich verworfen werden? Ich habe ja sowieso grundsätzlich auch im politischen Bereich ein Problem mit Konservativen. Selbst Leute, die sagen, sie wollen ein Leben führen wie in den 50ern des 20. Jahrhunderts, da kriege ich, heißt es, ja, da ist ja bei mir schon, wo ich denke, ui, ui, ja, du darfst dir das wünschen, du darfst es, aber ich finde das schon cringe. Und das ist für mich ja schon, ui, schwierig. Und dann diese, wisst ihr, ich sehe da einfach so ein bisschen ein, ich verstehe nicht, wie man das unter einem Hut bringen kann. Aber vielleicht habe ich irgendwo eine falsche Vorstellung. Das gehört irgendwie noch mit dazu, dass die Suna, die Traditionen auch immer wieder angepasst wurden und zeitgemäß gemacht wurden, was ich jetzt nicht unbedingt irgendwo gelesen hätte. Was will das Handy jetzt, Akku voll? Nee, das ist es nicht, egal. Aber das ist doch, also ich finde es einfach unlogisch zu sagen, dass man das kombinieren kann. Aber wie gesagt, Sunniten hat vielleicht auch eine ganz andere Bedeutung. Einfach nur die Bedeutung, wenn man sich heute Sunnit nennt, dass die Eltern Sunniten waren, dass man einfach in eine sunnitische Familie hineingeboren ist. Die Eltern der Eltern der Eltern der Eltern der Eltern waren Sunniten und davon die Eltern der Eltern der Eltern der Eltern waren irgendwann in der Lage, dass sie da Abu Bakr unterstützt haben und sich dem näher gefühlt hatten als den Unterstützern Alis. Vielleicht heißt es ja nur das, dass es überhaupt keine Bedeutung hat, dass diese Verbindung zum Wort Sunna nicht so ernst zu nehmen ist, nicht so. Aber naja, wie gesagt, dieses Sunna, da wird ja auch gesagt, das ist ja auch, man muss diese drei ersten Kalifen anerkennen, weil das ja die Tradition ist, weil es ja tatsächlich so gewesen ist und weil es gut von mir aus, ich glaube, das ist sogar, wobei ich auf der anderen Seite auch verstehen kann, wenn man sagt, wie die Schiiten sagen oder die ursprünglichen Schiiten, bei den Schiiten ist ja vielleicht wahrscheinlich genauso, wenn die sagen, also Abu Bakr, wenn man richtig drüber nachdenkt, der hat ja schon ein Leben geführt und hat sich komisch an Moor mit ran geschleimt und ist ihn in den Arsch gekrochen. Dadurch alleine ist er schon kein guter Muslim und wie soll ein solcher Mensch Kalif sein, der ein schlechter Muslim ist? Ich kann nicht beurteilen, was ein guter Muslim ist oder ob man damit den muslimischen Pfad verlässt. Ich kann verstehen zu sagen, das war mehr oder weniger ein Opportunist, der sich irgendwie ohne Rücksicht auf Verluste bei Moor mit eingeschleimt hat und es ist irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen, er war berechtigt Kalif zu sein, wenn er solche menschlichen Eigenschaften mitbringt. Verstehen kann ich auch diese Argumentation, so versteht es mich falsch. Und dieses Berufen auf die Sunna, ich sehe, ich vermute auch ganz stark, es ist einfach nur ein sich abgrenzen von der Idee, dass es Ali sein sollte, weil Ali irgendwie familiär verbunden ist mit Mohamed. Andererseits, Abu Bakr ist natürlich auch familiär verbunden, aber das ist nicht das Hauptargument. Dadurch, dass er natürlich seine Tochter an Mohamed verschenkt hat, ist er natürlich irgendwie auch Teil der Familie. Aber das, was die Sunniten sagen, warum er es ja ist, weil er ständig mit Mohamed abgehangen hat, weil er da ständig bei denen in der muslimischen Gemeinschaft war und nicht wie Ali, der irgendwie erst abwesend in der Kammer gelernt hat, was ist Islam, was ist Gott, was ist der Koran und dann sich um seine Familie mit Fatima gekümmert hat, der irgendwie, ich glaube, aus Sicht dieser Gemeinschaft, die sich um Mohamed versammelt hat und die ständig mit Mohamed in Kontakt war. Ich kann verstehen, dass Ali ein Fremdkörper ist und nicht akzeptiert. Ich glaube sogar fast nicht mal, dass wenn da der geschickte Mensch im Hintergrund, der zweite Kalif, wenn der im Hintergrund nicht diese Leute so abgeschreckt hätte, vielleicht hätte Ali trotzdem nicht genügend Unterstützung bekommen. Okay, das soll es vielleicht bis hierhin gewesen sein. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass mir keine dummen Falschinformationen rausgerutscht sind. Also nach bestem Wissen und Gewissen habe ich nichts als die Wahrheit gesagt oder das, was ich mir in den letzten Tagen angelesen habe. Ich will richtig, richtig gerne, wenn es einen Fehler gibt, korrigiert werden in dem Fehler. Ich hoffe, dass es nicht nötig ist. Aber wenn es so ist, dann richtig gerne, weil ich neugierig interessiert diesem Thema gegenüberstehe und mir einfach ein Bild davon machen möchte, was der Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten und welche Strömungen gibt es überhaupt im Islam und eben diesen ganzen Kram. Ich würde gerne besser verstehen einfach. Und in dem Sinne, ein schönes Wochenende oder je nachdem, wann ihr das guckt, einen schönen Tag noch oder einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Und wenn ihr denkt, dass das Video nicht lang genug war oder ihr immer noch Bedürfnis danach habt, guckt euch gerne auf meinem Kanal um. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Dann sehen wir uns wahrscheinlich bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.